Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In wenigen Wochen könnte es bei Ihnen zu Hause wieder so aussehen, wie auf diesen Bildern hier. Üppig blühende Geranien auf allen Fenstersims und Balkonen, die mit ihrer Vielfalt an Sorten, Farben und Blüten einen prächtigen Anblick bieten, bis weit in Herbst. Wenn Sie Ihre alten Geranien nicht überwinteren können, wenn Sie alte Bestände ersetzen oder ergänzen möchten, dann wäre jetzt die Gelegenheit günstig wie nie. Junggeranien im Viererset, gut angewachsen und zum Umtopfen bereit, offeriert Ihnen unsere Blumenabteilung nämlich zur Zeit für nur 8,80. Auch in der Nittkistchen Balkonia kommen Sie jetzt bei uns über zum Aktionspreis für nur 9,50. Denken Sie beim Umtopfen daran, dass die Geranien grösser werden und für eine gesunde Entwicklung genügend Platz brauchen. Pro Pflanzen rechnet man etwa 5 Liter Erde. In dieser Kiste hat es also Platz für 4 bis 5 Pflanzen. Bei der Erde sollte man übrigens nicht sparen. Geranien sind für unverbrauchte Erde dankbar und belohnen den Aufwand mit reicher Blüte. Wir empfehlen Ihnen darum unsere spezielle Geranienerde, kompostiert aus organischem Material von Zuckerfabriken, Sägereien und Gartenabfällen und ohne Beigabe von Dorf. Bestimmt werden Sie auch dieses Jahr viel Freude an Ihren Geranien haben. Ebenfalls ein Angebot aus unserer Blumenabteilung sind die frischen Küchenkräuter, die Sie diese Woche in unseren Läden kaufen können. Unentbehrlicher Peterli und Schnittlauch, aber auch Liebstöckel, Bohnenkraut, Zitronenmelisse, Thymian oder Salbei, die man in der Küche jeden Tag braucht, offerieren wir Ihnen im handlichen Viererpack zum Aussetzen in den Garten oder für das Kiste auf dem Fenstersims. Bei entsprechender Pflege, regelmässig gegessen und ab und zu ein wenig düngen, wachsen die Kräuter bestimmt bis in den Herbst immer wieder nahe. Auch der Armin Amrain braucht in seiner Küche natürlich am liebsten frische Kräuter. Mal schauen, was er das mal für ein Rezept mitgebracht hat. Grüezi miteinander. Seit kurzem gibt es in der Kotmetzgerei ein Hacksteig aus Natura Beef. Ich serviere es mit frischen Gartenkräutern auf Spargeln mit einer Bojolais-Butter. Das Hacksteig Goldgeldbraten. Gehackte Schalotte mit Portwein und Bojolais bei milder Hitze einköcherlen. Leicht abkühlen. Noch einmal einen Löffel Bojolais dazugeben und wieder erwärmen. Jetzt die kalte Butter mit dem Schneepäsen unter die Sauce schlagen und mit Salz würzen. Die geschälten Spargeln, wie üblich in Wasser, mit ein wenig Zitronensaft, Salz und einen Preisen Zucker so lange kochen, dass sie noch Bisse haben. Und in 4 cm lange Stücke schneiden. Bojolais-Butter auf Teller verteilen. Dann Spargelstücke in die Mitte vom Teller geben. Mit halbgeschlagenem Rahm ein Muster durchziehen und das Hacksteig drauf platzieren. Die frisch gehackten Gartenkräuter im Ankel aufschäumen und über das Natura Beef Hacksteig geben. Ich hoffe natürlich, dass Sie auch dieses Rezept in den nächsten Tagen gerade einmal ausprobieren und wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen. Hacksteig mit Gartenkräutern. Ein weiteres Highlight von Armin Amrhein. Ganz andere Kosten jetzt im Markenfenster. Dort wird nämlich nach Herzenslust gesmackt, knoppert und geschleckt. Wir müssen ihm helfen. Erst ein richtiges Frühstück, dann fällt uns was ein. Mit Kellogg's Smacks. Aus gesundem Weizen, mit wertvollem Bienenhonig, vielen Vitaminen und Eisen. Und dazu frische Milch. Hey, ich hab's! Es kann doch schwimmen! Juhu! Kellogg's Smacks macht stark für den Tag. Am Morgen um halb in 10 Uhr in der Schweiz. Einfach einmal tief durchatmen. Ruhig einmal etwas auf die Seite legen. Einmal abschalten. Knopper's. Frisch und knusprig backen. Knopper's. Wenn du auf Schokolade stehst und super langen Kaugenuss Nimm dir riesen Chocolate-Ju Kau und Schoko bis zum Schluss Stark und kräftig, nicht so süss Da gibt's mehr, die sind wie du Stark und kräftig, nicht so süss Riesene Chocolate-Ju Wohnen mit Top-Tipp heisst gut und günstig einrichten. Und was wir Ihnen heute zeigen, können Sie in der Regel auch gerade mitnehmen. Zum Beispiel diese Kombischränke in Schweizer Qualität, zweitürige in Vanille, Schwarz oder Weiss, im Buchen- oder Kieferedekor für nur 335 Franken. Noch mehr Platz bietet unsere dreitürigen Kombischränke für 395 Franken. Alle Schränke sind mit Kleiderstangen, Tablar und Schubladen ausgerüstet und ein Spiegelset dazu gibt's für 55 Franken. In allen Coop-Top-Tipp-Ausstellungen finden Sie jetzt den Metall-Klappstuhl in diversen Farben zum Preis von nur 29 Franken. Verschiedene Produkte rund um den Morgen sind bei uns jetzt günstiger. Der Jubilor Bohnencafé Classico zum Beispiel kostet 1,20 weniger. Frische Eppbeere aus Spanien und Italien sind eintroffen, das Körbli für 1,90. Der Mondial Orangensaft im Sechser-Pack gibt's für 4,80. Und hier nochmal die Aktionen für Tobi Gärtner. Junge Eranien im Vierer-Set gibt's für 8,80. Und das Eternit-Blumenkistli 60 oder 80 cm je 2 Franken günstiger. Und falls Sie vom Gärtner Hunger bekommen sollten für einen Hackbraten-Grossmutterart mit Rolini Tricolore zahlen Sie im Coop-Restaurant weniger als 10 Franken. Ein Ausblick auf den kommenden Sommer hat uns heute die Blumenabteilung vermittelt. Bequeme Mode für die warme Jahreszeit sehen Sie bei uns dann am nächsten Mittwoch. Bis dann, auf Wiedersehen und weiterhin einen schönen Abend.